Vielen herzlichen Dank, Jost van den Acker, für diesen europäischen Auftakt zu unserer Veranstaltung. Und nun möchte ich natürlich mit Ihnen gemeinsam begrüßen und hier auf die Bühne bitten an das Rednerpult, den ersten Hauptredner unserer heutigen Veranstaltung, den Landesvorsitzenden der nordrhein-westfälischen FDP und Fraktionsvorsitzenden der FDP im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, vor allen Dingen, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger. Jetzt geht es auf die Zielgerade und jetzt geht es ums Ganze. Am vergangenen Sonntagabend haben Sie gehört, dass Sigmar Gabriel gesagt hat, er wolle die FDP aus dem Bundestag rauskekeln, damit danach eine linke Mehrheit in Deutschland regieren kann. Das haben andere schon versucht vor Sigmar Gabriel. Kurt Georg Kiesinger und Helmut Schmidt. Und gegen die beiden ist Sigmar Gabriel wirklich ein Däumling, meine Damen und Herren. Wir wissen, es geht um was. Es geht um die traditionsreiche liberale Partei in Deutschland und darum, dass unser Land weiter aus der Mitte für die Mitte regiert wird. Wir haben eine schwierige Phase und ja, am vergangenen Sonntag auch eine Niederlage einstecken müssen. Das gehört zur Politik, das gehört zum Leben dazu. Das nehmen wir in dem Hut an. Aber als traditionsreiche Partei können wir eben auch auf Leistungen zurückschauen. Die wesentlichen Weichenstellungen der Bundesrepublik Deutschland, Sie sind von Liberalen mit vorgenommen worden. Für die soziale Marktwirtschaft, für die Öffnung nach Westen, für die neue Ostpolitik als Voraussetzung der Vollendung unserer staatlichen Einheit in Freiheit, europäische Integration und auch das Ende der Schuldenpolitik, weil wir als Freie Demokraten in unserem Grundsatzprogramm als Erste von einer Schuldenbremse gesprochen haben. Das zeigt, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, Deutschland braucht eine liberale Kraft in den Parlamenten. Deutschland hat eine liberale Partei mit der FDP und dass Sie alle in Aachen hier heute so zahlreich gekommen sind, belegt eins, auch am Sonntag ist weiter mit dieser liberalen Partei zu rechnen. Unser liberaler Nachbar, der eben zu Ihnen gesprochen hat, hat unterstrichen, dass nicht nur wir hier, dass nicht nur Deutschland auf den Sonntag schaut, sondern auch Europa schaut auf die Entscheidungen, die Sie, die wir alle bei der Bundestagswahl treffen. Welchen Weg wir weitergehen in Europa, auch das steht am Sonntag zur Abstimmung. Wir haben nach 2009 Europa zusammengehalten, in der möglicherweise größten Bewährungsprobe der vergangenen Jahrzehnte. Aber wir wissen auch, dass es kein einfaches Weiter so geben kann. Aus der Währungsunion ist ein Schuldenklub geworden. Wir haben deshalb gesagt, wir sind solidarisch mit unseren Nachbarn, mit unseren Partnern in Europa, aber wir wissen auch, dass sie ihre Probleme lösen müssen. Dass die Strukturprobleme in anderen europäischen Ländern nicht mit deutschem Geld zugeschüttet werden können. Wir waren solidarisch, aber wir wollten auch Veränderungen in Europa, damit wir wieder zu mehr Wettbewerbsfähigkeit kommen. Und heute, drei Jahre später, haben wir uns auf den Weg gemacht, in Richtung auf eine Stabilitätsunion. Wir sind noch nicht am Ende. Aber ich hätte mir damals, 2010, nicht vorstellen können, dass am Ende dieser Wahlperiode die europäischen Staaten, die den Euro haben, in ihren nationalen Verfassungen Schuldenbremsen nach deutschem Vorbild aufgenommen haben. Das ist ja viel mehr als nur eine Rechtsfrage. Sondern für unsere Partner, die teilweise ja seit Jahrzehnten an das Schuldenmachen gewohnt waren, ist das ein politisch-kultureller Wechsel, jetzt Schuldenbremsen in der eigenen Verfassung zu haben. Dass das gelungen ist, meine Damen, meine Herren, das ist ein Erfolg deutscher, es ist ein Erfolg liberaler Außen- und Europapolitik, auf den wir stolz sind. Am vorvorragenden Sonntag beim Kandidatenduell Merkel-Steinbrück haben Sie gesehen, dass dieser Kurs in Frage steht. Herr Steinbrück hat ja gesagt, es müsse jetzt ein Ende haben mit dieser Sparpolitik in Europa. Haben Sie das verfolgt? Er hat ja gesagt, es müsse Schluss sein mit dieser Austerität. Europa brauche jetzt wieder mehr Wachstum. Ja, meine Damen, meine Herren, wir sind als Liberale auch für Wachstum. Den Vorwurf hat man uns noch nicht gemacht. Wir seien gegen Wachstum und gegen Wohlstand. Wir verstehen darunter nur etwas anderes als Steinbrück, Trittin und Gysi. Wenn die über Wachstum in Europa sprechen, meinen Sie in Wahrheit die Rückkehr der alten staatlichen Konjunkturprogramme auf Pump. Die Rückkehr der alten Politik in Europa. Wir als Liberale in der Tradition von Otto Graf Lambsdorff wissen aber, der Staat kann Wachstum mit Krediten nicht kaufen. Er kann Rahmenbedingungen setzen. Aber erwirtschaftet werden muss der Wohlstand von den Bürgerinnen und Bürgern. Der Staat kann mit Schulden nicht den Wachstumseffekt bringen, den ein Land braucht, wenn es nicht wettbewerbsfähig ist. Die Politik von Steinbrück und anderen läuft darauf hinaus, dass in Deutschland uns die Steuern erhöht werden, damit man in Europa wieder leichter Schulden machen kann. Man löst aber eine Schuldenkrise nicht dadurch, dass man das Schuldenmachen noch erleichtert. Dieser Weg, den die anderen wollen, er würde Europa nicht aus der Krise heraus, sondern im Gegenteil wieder tiefer in die Krise hineinführen. Und allein schon um Europa willen darf es deshalb in Deutschland keinen Regierungswechsel geben, meine Damen und Herren. Die marktwirtschaftlichen Reformen, die wir als Freie Demokraten, die deutsche Bundesregierung, unseren europäischen Partnern empfiehlt, das ist ja in Deutschland ein bewährtes Rezept. Wir waren ja einmal der kranke Mann Europas und haben durch im Prinzip marktwirtschaftliche Reformen Arbeitsplätze geschaffen, soziale Gerechtigkeit hergestellt, Wohlstand erwirtschaftet. Diesen Weg wollen wir weiter fortsetzen. Gerade auch deshalb, weil wir jetzt ja den direkten Vergleich haben zwischen unserem Land und unseren französischen Nachbarn und Freunden, die den anderen Weg gehen. Dort gibt es seit einiger Zeit wieder einen sozialistischen Staatspräsidenten. Als der ins Amt gewählt worden ist, wenn Sie sich erinnern, sind die Troikaner der SPD, Steinburg, Steinmeier und Gabriel ja in den Elysee gepilgert, weil sie das als ein Fanal für Europa betrachtet haben, endlich wieder ein sozialistisches Staatsoberhaupt in Frankreich. Der hat genau das umgesetzt, was Sozialdemokraten, Grüne und Linke jetzt auch für Deutschland wollen. Breitflächige Steuererhöhungen, der Staat erteilt der Wirtschaft wieder die Kommandos, all das, was sich die politische Linke auch in Deutschland erträumt. Und die Ergebnisse in Frankreich, die Arbeitslosigkeit, sie steigt, in Frankreich steigt die Jugendarbeitslosigkeit, Frankreich wird in diesem Jahr wiederum die Stabilitätskriterien, die Schuldenkriterien des Maastricht-Vertrags verletzen, machen Rekordschulden, Kreditwürdigkeit Frankreich sinkt, auch die Popularität des französischen Staatspräsidenten ist unterdessen auf einem Tiefpunkt angekommen. Inzwischen gibt es Leitartikler in Paris, die schreiben, Frankreich solle sich ein Beispiel an Deutschland nehmen. Und Sie hier in Aachen, Sie kennen die französische Mentalität, das fällt denen nicht leicht. Le Monde hat gar eine Überschrift gewählt, François, mach uns den Schröder. Und jetzt wollen uns in Deutschland manche den Hollande empfehlen, obwohl wir andere, bessere Erfahrungen gemacht haben. Seit 2009, seit wir in der Regierungsverantwortung sind, haben wir nicht auf Steuererhöhungen gesetzt, sondern Entlastungen organisiert. Angefangen vom erhöhten Kindergeld, zuletzt die Abschaffung der Praxisgebühr. Wir haben nicht der Wirtschaft die Kommandos erteilt, wie in Frankreich, sondern haben auf den Mittelstand, die kleinen und mittleren Betriebe, die Handwerksunternehmen, die Einzelhändler hier in Aachen gesetzt, ihnen die Rahmenbedingungen verbessert, weil wir wissen, dass in diesen Unternehmen 70% der Arbeit und 80% der Ausbildungsplätze geschaffen werden. Und jetzt nach vier Jahren sehen wir Ergebnisse. 1,6 Millionen neue Arbeitsplätze sind geschaffen worden seit 2009. Der Staatshaushalt ist in diesem Jahr ausgeglichen, um Schluss gemacht, mit der Verschuldungspolitik. Millionen Menschen haben davon profitiert. Verehrte Anwesende, gerade der Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich in den letzten Jahren zeigt eins. Wir haben auf marktwirtschaftliche Reformen gesetzt. Und Millionen Deutsche können bezeugen, weil sie einen Arbeitsplatz gefunden haben, weil ihr Ausbildungsplatz sicher geworden ist, oder weil sie in diesem Jahr endlich eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Der marktwirtschaftliche Weg ist erfolgreicher für die Menschen. Und deshalb wollen wir ihn weitergehen. Denn für uns zählt nicht die soziale Rhetorik, sondern die sozialen Ergebnisse, die man im Alltag erleben kann, meine Damen und Herren. Ich will das in einem ganz konkreten Beispiel der Haushaltspolitik noch einmal verdeutlichen. Wir haben damals 2009 einen Haushalt von Peer Steinbrück geerbt, der war Finanzminister, mit 80 Milliarden Euro neuen Schulden, allein im Jahr 2009. 80 Milliarden Euro. Damals gab es dann eine Diskussion, wenn Sie sich erinnern, ob nicht die Abfragprämie noch weiter gezahlt werden soll, im Jahr 2010 und darüber hinaus. Da gab es manchen, der das gefordert hat. Wir haben uns aber konzentriert auf gute Rahmenbedingungen und haben Schluss gemacht mit diesem auf Pump finanzierten staatlichen Strohfeuerprogramm. Und nun heute können wir darüber sprechen, dass der öffentliche Haushalt in der Balance ist. Und zum ersten Mal seit 1949 hat diese amtierende Bundesregierung eine Art politisches Naturgesetz außer Kraft gesetzt. Das Naturgesetz war, dass der Staat in jedem Jahr immer mehr Geld ausgibt. In jedem Jahr gibt er mehr Geld aus, selbst wenn er das Geld gar nicht hat. Das haben wir aber verändert. In diesem Jahr, zum ersten Mal seit 1949, am Ende einer Legislaturperiode, gibt der Staat weniger Geld aus, als zu Beginn im Jahr 2009. Das heißt ja auch landläufig Sparen, weniger Geld ausgeben. In unserer Branche meint mancher Sparen, sei ja schon weniger Schulden machen. Dieser Kurs der Solidität in den öffentlichen Finanzen, auch über den stimmen Sie am Sonntag ab. Die Union, unser geschätzter Koalitionspartner, hat ein Wahlprogramm im Gepäck mit 30 Milliarden Euro teuren Versprechungen. Das ist noch bescheiden im Vergleich zu Sozialdemokraten und Grünen, die Ihnen 70 Milliarden Euro neue zusätzliche Ausgaben versprechen. Wir setzen statt auf teure Versprechungen auf solide Finanzen, meine Damen und Herren. Angesichts von Rekordeinnahmen beim Staat und niedrigen Zinsen, wann, wenn nicht jetzt, soll der Staat überhaupt noch einmal auskommen mit dem Geld, das Sie ihnen zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es für uns wichtiger, dass jetzt nicht die Spendierhose in Deutschland wieder in Mode kommt, sondern dass wir weiter auf Generationengerechtigkeit setzen und den nachkommenden Generationen nicht immer größere Lasten auf die Schuld anlegen. Das heißt nämlich auch, für soziale Gerechtigkeit zu sein. Meine Damen und Herren, noch vieles wäre noch zu sprechen über die Energiepolitik, die aufgrund falscher Subventionierung unnötig riskant und teuer ist. Wir wollen eine marktwirtschaftliche Wende, um die Kosten unter Kontrolle zu bekommen. Es wäre viel zu sprechen über den Schutz unserer Privatheit. Nicht nur vor amerikanischen Geheimdiensten muss sie geschützt werden, auch vor deutschen Behörden und privaten Monopolanbietern im Internet. Unsere Privatheit ist unser vornehmstes Bürgerrecht. Es gibt also noch viele Themen für Liberale, über die ich auch mit Ihnen ins Gespräch komme. Wollte aber der Bundesaußenminister Guido Westerwelle ist eingetroffen und auf ihn warten Sie ja eigentlich. Deshalb will ich zum Schluss nur noch zwei Haltungsfragen ansprechen. Weil am Sonntag ja nicht nur die konkreten Programme und Projekte und Persönlichkeiten zur Wahl stehen, sondern es steht ja auch eine Einstellung zum Leben zur Wahl. Welche Werte Sie in der Politik sehen wollen. Wovon Sie glauben, dass die Werte sein sollen, anhand derer Gesetze formuliert werden. Und ich könnte das an Fragen der Steuer, der Arbeitsmarkt, der Gesundheitspolitik darstellen. Aber ich will mich auf zwei eher landespolitische Fragen konzentrieren. Die erste betrifft unsere Schulpolitik hier in Nordrhein-Westfalen. Die Werte, die in der Bildungspolitik formuliert und umgesetzt werden, das sind ja auch die Werte, von denen Politiker wollen, und dass die Gesellschaft insgesamt von Ihnen bestimmt ist. Hier in Nordrhein-Westfalen wird von Sozialdemokraten und Grünen eine Politik verfolgt, die systematisch die erfolgreichste und beliebteste Schulform unseres Landes benachteiligt, nämlich die Gymnasien. Weil die Grünen im Blick haben, dass am Ende doch eine Einheitsschule rauskommt, wenn nämlich über Jahre das Gymnasium schlechter behandelt wird, bei Klassengrößen, beim Ganztag, bei der Lehrerversorgung, dann wird es irgendwann eine Abstimmung mit den Füßen geben und in einigen Jahren kann man dann sagen, naja, was wollt ihr denn? Die Eltern selbst wollten ja das Gymnasium nicht mehr und jetzt können wir unsere Einheitsschule machen. Ich muss Ihnen sagen, wir als Liberale, wir glauben nicht an diese Einheitsbildung, an diese Einheitsschulen. Und auch vor meinem eigenen geografischen Hintergrund kann ich das bezeugen. Ich habe bei den Pfadfindern seiner Zeit und auch im Musikunterricht immer nur mitsummen dürfen, weil ich nicht die Gnade habe, musikalisch zu sein. Und die grüne Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, Frau Löhrmann, sie hätte persönlich in meine Schule kommen können, um mir Gesangsunterricht zu erteilen. Jeden Tag drei Stunden Privatunterricht mit der grünen Schulministerin. Ich wäre nicht ein Opernsänger geworden. Aus Christian Lindner wäre noch nicht einmal ein Patrick Lindner geworden. Noch nicht mal für den Schlager hätte es gereicht, weil ich da kein Talent habe. Und so, meine Damen und Herren, ist eben auch unsere Gesellschaft vielfältig. Weil wir keine Einheitskinder haben, wollen wir auch keine Einheitsbildung, keine Einheitsschule. Die Vielfalt unserer Gesellschaft ist keine Belastung, sondern es ist ein Privileg, dass wir uns unterscheiden dürfen. Dass Anstrengung, dass Talent, dass Lebensentscheidungen einen Unterschied machen. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der die Kinder in die Einheitsschule kommen, als Einheitsbürger kommen sie raus, beziehen dann den Einheitslohn, um dann in eine Einheitsrente zu gehen. Ein solches Land, das in die Idee der Gleichheit alleine und nicht mehr in die der Freiheit verliebt ist, ein solches Land wäre grau und arm. Und darin will ich nicht leben, meine Damen und Herren. Und die zweite abschließende Haltungsfrage betrifft die Art, wie wir eigentlich unser privates Leben führen wollen. Ich beobachte mit Kopfschütteln, wie in anderen Parteien, der erhobene Zeigefinger in Mode kommt, die fortwährend uns für unsere private Lebensführung Vorschriften machen wollen. Beispielsweise jetzt ja in diesem Sommer Frau Künast von den Grünen, die uns Speiseplan-Empfehlungen für den Donnerstag gibt, auf Fleisch zu verzichten. Ja, meine Damen und Herren, ich bin doch mit 18 Jahren damals nicht zu Hause ausgezogen, damit jetzt Frau Künast mir sagt, was sie essen soll. Das kann ich als erwachsener Mensch selber entscheiden. Ich will es auch selber entscheiden. Und merken Sie was, was da im Gange ist. Die wollen uns erziehen, die haben Schablonen für die richtige Lebensführung, die wollen uns ihren Lebensstil aufzwängen. Wir sind aber stolze, selbstbewusste, verantwortungsbereite Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen nicht den Gouvernantenstaat, der besser wissen will, was gut für uns ist als wir selbst. Wir brauchen den Partnerstaat. Einen Staat, der uns bei den großen Lebensrisiken nicht im Stich lässt, weil niemand auf eigene Faust die internationalen Finanzmärkte ordnen kann. Weil niemand alleine mit einer Krebserkrankung fertig werden kann. Wir wollen also einen Staat haben, der uns bei den großen Lebensrisiken nicht im Stich lässt, aber uns als freie Bürgerinnen und Bürger im Alltag bitteschön in Ruhe. Denn da können wir selber entscheiden. Da brauchen wir keine Politiker und Beamten, die uns Verbotsschilder aufstellen oder Tuchelvorschriften machen. Wir leben ja schließlich nicht in einer staatlichen Besserungsanstalt mit grüner Hausordnung, sondern in einer freien Gesellschaft und das soll so bleiben. Wenn Sie meine Damen und Herren, wenn Sie diese politischen Projekte und unsere Lebenseinstellung teilen, dann bitte ich Sie herzlich, machen Sie die liberale Partei am Sonntag mit Ihrer wichtigen Zweitstimme stark. Nicht damit irgendjemand irgendetwas wird, erst recht nicht jemand aus einer anderen Partei, sondern weil es vor allen Dingen in Deutschland eine liberale Kraft geben muss. Wenn es uns in den Parlamenten nicht mehr gäbe, dann wären ja die Staatsgläubigen, die Umverteiler und Bevormunder unter sich. Ein Gegengewicht muss es aber geben, eine Partei, die zuerst Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern etwas zutraut und Ihnen vertraut und nicht sofort mit einer staatlichen Lösung kommt. Das ist die Politik der bürgerlichen Mitte, für die wir als freie Demokraten stehen. Glauben Sie nicht, dass die Alternative so eine freundlich-bräsige Große Koalition wieder wäre. Das haben wir hier in Nordrhein-Westfalen gesehen. Hier hat 2010 die SPD gesagt, sie stünde nicht für eine Große Koalition zur Verfügung. So wie Sie das jetzt auch im Bund sagen. Und ich empfehle Ihnen, in der einen Frage nehmen Sie Sigmar Gabriel mal beim Wort. Wenn es keine schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag gibt, noch am Abend wird Gabriel erst über seinen Schatten und danach über seinen Kanzlerkandidaten springen, und eine Regierung mit einem blutroten Stützrad der Linkspartei über kurz oder lang bilden. Dann bekommen wir die französischen Verhältnisse, vor denen wir unser Land, vor denen Sie unser Land bewahren sollten, mit Ihrer Zweitstimme für die FDP, für eine liberale Kraft auch im nächsten Deutschen Bundestag. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.